Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Und heute geht es auch wirklich um Natur pur. Wir möchten nämlich heute über vegetarische und vegane Küche sprechen, was dafür spricht, was dagegen spricht. Ob man da Mangelerscheinungen haben kann oder ob man gut damit leben kann, das ist das Thema der Sendung, wo ich mit einem Großunternehmer sprechen will, der mit voller Leidenschaft sich in dieses Thema reingekniet hat und selbst ein Restaurant gegründet hat. Und das hat sogar vor acht Jahren den Michle-Stern gekriegt oder die Michle-Auszeichnung in Wien. Und er ist heute da und wir gehen heute und tauchen heute in dieses Thema ein. Bleiben Sie dran! Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen auch meinen Gast zeigen, der Christian Halper. Ganz herzlich willkommen, lieber Christian. Danke, Alex. Danke für die Entladung. Sehr gerne. Heißt das Michle-Stern, Michle-Auszeichnung? Nachdem es aus Frankreich kommt, heißt es Michle. Michle. Michle-Stern. Okay, Michle-Stern, gut. Vor acht Jahren hast du dieses gegründet innerhalb von Wien, aber seit wann beschäftigst du dich mit vegetarischer Küche? Also gegründet haben wir es 2011 im Dezember, wurde es sozusagen eröffnet und den Michle-Stern dann 2014 bekommen. Und ich beschäftige mich seit ein bisschen mehr als 20 Jahren schon mit vegetarischer Küche. Ich war da einfach beruflich viel unterwegs und habe einfach in den besten Lokalen gegessen und habe mich, obwohl es sehr gut geschmeckt hat, danach nicht immer ganz wohl gefühlt und habe mir dann die Frage gestellt, was ist denn eigentlich gesund? Und habe mich dann mit dem Thema Ernährung beschäftigt und bin dadurch dann zum vegetarischen Essen gestoßen. Ich habe ja viele Ärzte immer wieder auch hier auf diesem Stuhl sitzen und die einen sagen, man braucht Fleisch, die anderen sagen, man braucht es nicht, aber man muss dafür diverse Sachen ergänzen. Wie ist dein Statement zu dieser Überlegung? Ja, also die Welt ist bunt und auch da gibt es viele unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen. Ich habe mir selbst zu meinen Gedanken dazu gemacht und Überlegungen angestellt, die ich heute auch präsentieren darf. Und ein wichtiger Faktor für mich ist dabei einfach, was ist unsere Natur? Was ist unser Körperbau eigentlich? Was sagt uns der und wie können wir von dem darauf schließen, was gut funktioniert? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fahrzeug habe, ein Automobil, dann ist manches für Diesel gebaut, manches für Superbenzin und wenn ich ein Flugzeug habe, für Kerosin. Aber ja, das heißt nicht, dass Diesel schlecht ist und Superbenzin gut ist und Kerosin, was auch immer. Das heißt, das muss auch zum Fahrzeug passen. Und genauso ist es mit unserem Körper, weil wenn ich jetzt einem Löwen sage, er ist Vegetarier, das passt vielleicht nicht so ganz. Und die Frage ist, was unser Körperbau eigentlich uns aussagt. Also was passt zu dem? Gibt es da noch eine Blutgruppendifferenz? Ich habe das schon gehört, dass die Blutgruppe XY sehr stark neigt dazu zum Fleischessen. Ja, das ist durchaus auch etwas, was man beachten kann. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, beim Löwen, es hängt von der Blutgruppe ab, ob er ein Vegetarier ist oder ein Fleischesser, dann sage ich, vielleicht nicht. Vielleicht hängt es doch von anderen Dingen viel mehr ab. Macht mir gar wieder so Freude. Das sind so einfache Beispiele, können wir alles abhaken, alle diese Thesen. Dann heißt aber auch, der Gorilla ist ein Vegetarier. Und dann, wenn man ein bisschen nachforscht, sieht man, dass er ganz, ganz viele so kleine Viecherchen frisst, die unter den Wurzeln sind, so Maden. Und das sind ja auch letztendlich richtig proteinhaltig. Also ist er jetzt Vegetarier oder nicht Vegetarier? Naja, ich würde sagen, es gibt einen gewissen Zwischenbereich. Also auch Katzen essen, zum Beispiel Gras. Speziell, wenn sie mit der Verdauung Probleme haben. Also nicht so, dass Fleisch essen, nur Fleisch essen. Und ein Vegetarier tot umfällt, weil er mal eine Rape mitgegessen hat. Also das wäre vielleicht zu extrem. Aber die Frage ist halt, was unsere Haupternährung sein sollte. Und ja, da gibt es verschiedene interessante Überlegungen dazu. Ich habe mal dich im Fernsehen, ich glaube, auf PowerPoint-Präsentationen im Internet gesehen, auf YouTube, wo du über die sieben Geschenke gesprochen hast, innerhalb der Ernährung. Und die hast du heute auch mitgebracht. Und die möchten wir einfach mal einzeln durchgehend, deine Präsentation, weil sie mich so tief beeindruckt hat. Und ich dachte mir einfach, ja eigentlich, das muss ja jeder wissen, was du da zusammengestellt hast. Wollen wir ja damit gleich beginnen. Sehr gerne, ja. Super. Bitte. Also ich habe mir mal die Frage gestellt, wenn man dieses Thema vegetarisch-vegane Ernährung anderen Menschen vermitteln möchte, dann wie kann das gut funktionieren? Und ich bin der Meinung, dass da so viele Vorteile daran stecken, so viele Geschenke, dass man eigentlich nur mehr die Geschenke aufzählen muss, die man da einsammeln kann. Und dann kann sich jeder selbst entscheiden, ob er die Geschenke haben will oder nicht. Also Geschenke ist etwas, das wird dann nicht aufgezwungen. Das kann man annehmen oder auch nicht. Das heißt, ich finde es auch sehr wichtig, dass jeder diese freie Entscheidung für sich trifft. Will ich das oder will ich es nicht? Oder in welchem Umfang will ich es? Also das ist mir ganz wichtig. Und mir ist auch wichtig, also für mich ist jetzt ein Fleischesser kein schlechterer Mensch. Ja, das möchte ich gleich dazu sagen, weil ich war ja selbst Fleischesser. Da müsste ich ja mit meiner eigenen Vergangenheit ein Problem haben. Aber ich sage mal, es ist so in Ordnung, wie es ist. Die Frage ist, will man so weitermachen, ja oder nein? Und da gibt es aber interessante Verlegungen, die man sich anschauen könnte. Also für mich ist immer ein Riesenthema gewesen, innerhalb Bezug vom Fleisch, was für Fleisch. Und weil das ja eine Riesendifferenz hat zwischen großen Haltungstieren bis hin zu Einzeltieren. Da im Appenzell oben gibt es einen Bauer, das ist unfassbar, was der Mikroberinder macht und sogar selber es erlegt oder tötet darf auf seinem Feld, ohne dass es irgendwelche Stresshormone gibt. Also da glaube ich schon, dass die Differenz, also die Qualität des Fleisches riesige Differenzen haben kann. Ja, da gibt es große Differenzierungsmöglichkeiten in allen Bereichen. Aber wir gehen jetzt wirklich mal in dieses Thema ein. Nein, kein Fleisch. Und das heißt auch nicht Fisch essen, weil Fisch auch Fleisch ist. Das erleben meine Kinder ständig. Weil wenn es heißt, sie sind Vegetarier, dann heißt es, ja gut, dann machen wir ab Fisch. Also das ist ein Klassiker. Genau, also da gibt es verschiedene Abstufungen. Also da gibt es zum Beispiel die Ovo-Lacto-Vegetarier, die essen eben dann Milchprodukte und Eier. Also Ovo für Eier und Lacto für Milch. Und eben Pflanzliches. Dann gibt es in Indien hauptsächlich die Lacto-Vegetarier, die lassen dann die Eier auch weg. Und dann gibt es die Veganer, die dann einfach nur die pflanzlichen Nahrungsmittel zu sich nehmen. Also auch da gibt es eben Abstufungen und Differenzen. Und dann gibt es noch derjenige, der nur Fisch isst, aber kein Fleisch sonst. Das ist der Pesketarier. Genau. Habe ich mal gehört. Genau, da gibt es ganz witzige Bezeichnungen. Gut, dann steigen wir rein in die sieben Geschenke der fegetarischen und vergauenen Ernährung. Und bin gespannt. Genau. Als ich aufgewachsen bin, war ich ganz fasziniert von so Erfindern wie den Thomas Alpha Edison, der so Glühbirne erfunden hat und andere essentielle Dinge, Mikrofon und so. Und habe mir gedacht, schade, die Zeit ist irgendwie vorbei. Das war damals noch möglich, aber jetzt ist schon quasi so viel erfunden, was sollen wir jetzt noch erfinden? Nur als ich dann größer geworden bin, habe ich gemerkt, naja, es gibt da einige Dinge, die, ich würde mal sagen, mir auffallen im Laufe meines Lebensweges, die vielleicht anderen Menschen nicht so auffallen. Also so Geschenke, die man im Laufe des Weges entdeckt. Und eines dieser Geschenke ist eben diese Ernährungsform der vegetarischen und veganen Ernährung, über die ich so quasi gestolpert bin durch meinen Lebensweg und wo ich gemerkt habe, da sind eigentlich in dem Geschenk noch mal sieben extra Geschenke verpackt. Das heißt, das ist eine echte, wenn man so will, eine Win-Win-Win-Situation, wo also in einem großen Geschenk viele kleinere noch verpackt sind. So, was sind jetzt diese sieben Geschenke? Das Erste ist, also es nährt und schmeckt. Das heißt, wenn ich hungrig bin, will ich was zum Essen haben, wo ich dann satt bin. Also was Nährendes haben, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich gut gegessen, satt, danke. Und natürlich soll es auch schmecken. Also da geht es um die Erfahrung im Hier und Jetzt, weil wenn es nicht gut schmeckt, ist das vielleicht schon ein Indiz, naja, wer weiß, ob das mir gut tut. Ist noch nicht die Garantie dafür, weil Zucker schmeckt auch gut und zu viel davon ist vielleicht nicht so gesund. Also dieses Thema ist auf jeden Fall im Vegetarischen abgedeckt. Obwohl viele meinen, naja, wenn ich jetzt Fleisch und Fisch weglasse, was kann ich denn dann noch essen? Aber ich habe gemerkt, Tja, genau, das höre ich immer wieder. Genau. Ich habe gemerkt, wie ich mich entschlossen habe, meine Ernährung auf mehr vegetarisch umzustellen, dass es eigentlich ganz viele Zutaten gibt, die man vielleicht gar nicht so kennt, die aber sehr interessant sind und tolle Kombinationen gibt. Zum Beispiel im Tieren haben wir zeitlang auf der Karte gehabt, zum Markeln mit Lauch und Vanille. Also man kann sich das kaum vorstellen, wie soll das zusammenpassen? Gemüse, Lauch, dann die Pilze, die frischen Markeln und Vanille. Also eine total geniale Kombination, die man eben nicht kennt, aber vielleicht dadurch erst entdeckt, weil man offen ist dafür. Weil man sagt, okay, ich probiere was Neues, ich experimentiere mit verschiedenen Zutaten. Oder zum Beispiel im C&P-Stro hatten wir eine Zeit lang so vegane Weißwürste, basierend auf Pilzen auch. Also schaut optisch auch aus wie normale Weißwürste. Habe auch gerade jetzt gelesen, heuer am Oktoberfest in München wird es auch vegane Weißwürste geben. Also bei uns in Wien gab es das schon länger. Super. Aber das kann man machen. Also man kann genauso gut das Fleisch einfach durch Pilze ersetzen, die gleichen Gewürze rein, schaut optisch gleich aus, schmeckt genauso gut. Das ist es eben. Es schmeckt eben genauso gut. Genau. Oder zum Beispiel, wenn man eine Gemüsepilzpahier macht oder dann habe ich mal in einem Restaurant gegessen, so eine rote Rübe im Tongeschirr gebacken, der kommt an der Kellner zum Tisch, schlägt das Tongeschirr auf und man hat dann die rote Rübe, der schneidet es noch schön auf. Also schaut optisch toll aus, ist auch ein Genusserlebnis für die Augen und hat auch hervorragend geschmeckt. Oder man kann auch Tofu-Scramble machen, so quasi als Alternative zum Rührei. Oder ich mache mir gerne am Weißensee aufs Müsli so ein frisches Medesüß drauf. Das ist ein Kraut, das so im Schilfbereich wächst, also das blüht im Schilfbereich und das hat so einen mandeligen, bittersüßen Geschmack. Also wenn man es mir anschaut, man entdeckt dann im Laufe der Zeit Zutaten, die man vielleicht noch gar nicht gekannt hat, durch das, dass man offen ist und auf die Suche geht. Zum Beispiel, was ich entdeckt habe, was ich sehr toll finde, ist Leinöl. Das wird gemacht aus den Samen der Leinpflanze und die werden gepresst und das Leinöl hat einen großen Vorteil gegenüber anderen Ölen. Das hat ganz, ganz viel Omega-3-Fettsäure, also 55% Omega-3-Fettsäure. Das ist ein essentielles Öl, das unser Körper auch braucht, hat einen so einen leicht nussigen Geschmack, wenn es frisch ist und ist extrem gesund und schmeckt auch ganz toll. Kann man zum Beispiel sehr gut mit Quark oder mit Österreich erstes Topfen mischen oder mit veganem Quark und so als Beilage zu Kartoffeln sehr, sehr gut. Und übrigens, diese Leinpflanze, die blüht blau. Früher, du kennst es vielleicht noch. Nein, nein, nein. Wenn man in Urlaub fährt, man fährt ins Blaue. Ja. Warum? Weil vor 100 Jahren und länger Leinpflanze eine der fünf wichtigsten Kulturpflanzen in Europa war und da waren, wenn der Lein geblüht hat, die ganzen Felder blau. Aus dem kommt dieser Ausspruch, man fährt ins Blaue. Wusste ich nicht. Also so essentiell war Lein früher und jetzt ist es fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Genau. Also ich meine, ich weiß, dass Leinöl ein wertvolles Öl ist, aber man soll es nicht kochen und nicht heiß machen, weil es halt kaltgepresstes, wertvolles ist. Ja, genau. Und wenn man es erhitzt, wird es glaube ich, dann geht das Omega-3 kaputt und es wird Omega-6 draus oder sowas. Ja, also besser kaltgepresst verwenden. Im Salat drauf oder am Schluss drauf die Speisen drüber oder im Verrühren in so Soßen. Okay. Eine andere Zutat, die ich sehr spannend finde, einfach frische Linsensprossen. Also Linsen kennt jeder, aber wer hat schon mal sich selber Linsensprossen gemacht? Geht ganz einfach, über Nacht einwerken, so dass die Linsen gut Feuchtigkeit haben, dann ein, zwei, drei Tage keimen lassen und dann sieht das so aus und dann kann man die auch roh essen. Also man muss die dann nicht mehr kochen, weil alle Dinge, die schwer vertaulich sind, werden abgebaut, die Vitamine werden erhöht, dann führen wir so viele Vitamine wie vorher drinnen. Das heißt, extrem gesund, sehr bekömmlich, kann man Salat drauf geben oder man kann es natürlich auch verkochen. Weißt du, was ich dem noch sage, dass für mich kein Nahrungsmittel, sondern das ist ein Lebensmittel. Es lebt, es ist ins Leben gezogen, oder? Genau. Und ich spüre das auch, wenn ich so frische Sprossen essen kann, egal ob das Linsensprossen sind oder Munkbohnensprossen oder andere Sprossen, Radieschensprossen, was es alles gibt, da habe ich das Gefühl, ich bekomme sofort Energie. Das macht mich irgendwie wach, klar und munter. Also steckt die Lebenskraft drin, man kann das richtig spüren und erleben, wenn man es isst. Oder Tempeh kennen vielleicht auch noch nicht viele. Das ist im Prinzip eine Speise, die aus Indonesien kommt, ursprünglich. Da werden Sojabohnen fermentiert, so ähnlich wie beim Camembert, so ein Weißschimmelkäse ist das, also Weißschimmelpilz und ist sehr bekömmlich und schließt eben auch die Sojabohnen so auf, dass sie gut zu verdauen ist. Sehr wertvolle Proteinquelle und kann man verschieden marinieren. Also tolle neue Alternative. Oder zum Beispiel so Edel-Austern-Pilze. Die gibt es auch in Bio-Zucht zu kaufen, haben ein hervorragendes Aroma und sind eine tolle Ergänzung zu Champions. Also es gibt einfach im Pilzbereich auch viel Vielfalt. Also man kann nicht sagen, es gäbe nichts, wenn ich nur das Fleisch weglasse. Ganz genau. Im Gegenteil. Es gibt ganz viel Neues zu entdecken. Das ist echt spannend. Und man kann auch Kochbücher sich zulegen, zum Beispiel im Tierenrestaurant der Leiter, das ist der Paul Iwitsch. Der hat auch mehrere Kochbücher schon geschrieben. Sein erstes war die vegetarische Sommerküche, wo man sich einfach Inspirationen holen kann, welche Dinge könnte man denn miteinander kombinieren, die einfach geschmacklich dann sehr, sehr interessant sind. Und wenn man sich mal überlegt, woher kommt denn eigentlich die Geschmacksvielfalt in unserem Essen? Das Fett, oder? Ja, Fett ist ein gewisser Geschmacksträger, aber da gibt es noch viel mehr eigentlich. Gewürze? Genau. Hilf mir. Ja, ich habe mir überlegt, okay, welche Dinge essen wir eigentlich als Mensch? Was konsumieren wir? Und da habe ich festgestellt, also wenn man schaut, jetzt Landpflanzen, das wäre jetzt sozusagen das reinvegane, versus Sachen, die aus dem Wasser kommen, See- oder Meer-Tiere-Pflanzen oder auch Landtiere. Und wenn man da schaut, wie viele Arten gibt es denn da? Dann sind es ungefähr 7000 Landpflanzen-Arten, die wir konsumieren, wobei als Ergänzung möchte ich sagen, das hat jetzt nichts mit den Sorten zu tun, weil Reis zum Beispiel ist eine Art, aber es gibt vom Reis 100.000 Sorten. Ups. Also Landkornreis, Rumkornreis, Wildreis, Roter Reis, Brauner Reis, also alles Mögliche, 100.000 Sorten, aber Reis sozusagen wäre eine Art, Weizen wäre eine Art, Karotten wäre eine Art, Tomaten wäre eine Art und so weiter. 7000 Arten gibt es da, die wir konsumieren. Im Vergleich dazu aus dem Wasser, also Wassertiere und Pflanzen zusammen 360 und Landtiere sind es 35 Arten. Das heißt, wenn man das jetzt prozentuell betrachtet, sind wir ungefähr bei 94,5% der Zutaten, die eh schon pflanzlich sind. Das heißt, wenn ich jetzt ganz extrem sage, ich konzentriere mich nur auf das Pflanzliche, dann habe ich immer noch 94,5% aller Zutaten. Schon verrückt, ja? Also, kein Problem. Und wenn man denkt, dass heutzutage so viele Leute auf diese 0,5 abzielen, man hat das Gefühl, jeden Tag muss ein Stück Fleisch auf dem Teller sein und das ist ja eigentlich schon verrückt, oder? Ja, es hat eine gewisse Gewohnheit, aber wenn man sich rein die Zutaten anzieht, die vorhanden sind und zum Kochen verwendet werden, dann ist die Vielfalt eigentlich ganz so anders und man braucht keine Angst haben, dass es dann langweilig schmeckt, wenn man auf 5% oder ein halbes Prozent verzichtet. Wenn man sich das als Grafik anschaut, ja, kein Problem. Daher, die große Vielfalt ist schon bei den Pflanzen. Wenn man sich nur mal vor Augen hält, der Geschmacksunterschied, Tomate, Oregano, Vanille, Linsen, Kaffee, das sind komplett unterschiedliche Welten und wenn ich mir jetzt vergleiche dazu den Geschmack von Rind, Schwein, Lamm, Ziege, Huhn, das ist sehr schmaler Geschmacksbereich. Das heißt, die Vielfalt und der Geschmack ist eh bei den Pflanzen und daher ist es auch leicht möglich, eine Gourmet-Küche vegetarisch oder vegan zu machen. Das ist die Basis dafür. Verstanden, ja. Und damit, also kann es sehr gut schmecken. Man muss halt wissen, wie man es macht. Manche Köche haben das in der Schule nicht gelernt. Das heißt, wenn man das lernen will, gibt es viele tolle Kochbücher oder auch viele Seiten im Internet. Also man kann das lernen. Die Möglichkeit ist da und die Basis ist da. Also gibt es eigentlich keine Ausrede nach dem Motto, das schmeckt mir nicht. Naja, heißt eigentlich nur, ich habe noch keine Idee, wie ich es mache. Hast du das Gefühl, das ist ein großer Trend, der überschwappen wird? Weil früher, vor 10, 15 Jahren hat noch kaum jemand über eine vegetarische Küche gesprochen und heute war ich ja gestern in der Badi im Schwimmbad und die hatten so bereits die ersten vegetarischen Mönüs drauf, oder? Oder sogar veganer Kuchen. Also es kommt meiner Achtung, oder? Ja, der Trend ist ganz stark und also in Deutschland zum Beispiel, da gibt es Statistiken schon seit den 80er Jahren, da ist das Wachstum an Vegetariern ungefähr 8% pro Jahr. Ich habe kürzlich gelesen, in den letzten 4, 5, 6 Jahren ist das Wachstum bei Veganern sogar 12%, das heißt sowohl vegetarisch als auch vegan wächst stark und vor allem das wird nicht aufhören. Warum? Weil die jüngeren Generationen jetzt schon einen viel höheren Anteil an Vegetariern und Veganern haben als die älteren Generationen, das heißt einfach aufgrund des zeitlichen Verlaufes werden tendenziell die älteren früher sterben als die jungen, das heißt es bleiben die jüngeren, die einen höheren Vegetarier- und Veganer-Anteil haben über und damit ist der Trend eigentlich nicht aufzuhalten und wird sich weiter verbreiten und das sieht man auch, wie du gerade gesagt hast, in der Gastronomie immer mehr. Gut, bin gespannt, wie es weitergeht. Und wir brauchen auf keinen guten Geschmack verzichten, wir müssen uns nur ein bisschen umstellen und etwas kreativer mit den fahnderen Zutaten umgehen. Ich meine, ich liebe diese Küche, wo du mir da sagst, ich habe noch immer das Gefühl, wenn ich da irgendwo in so einem Restaurant bin, ich werde nie satt, weil die Portionen so schön klein sind, aber Designstücke natürlich. Ja, also wenn man dann 10 Gänge hat von so kleinen Portionen, wird man auch satt, also auch du unter Garantie. Gut, gut. Also man wird satt, kein Problem. Ja, also das wäre das erste Geschenk, es nährt und schmeckt. Das war so das Erleben im Hier und Jetzt. Das nächste ist die Frage, okay, wie geht es mir danach? Weil es gibt Dinge, die schmecken mir vielleicht im Moment gut, aber danach habe ich vielleicht Bauchweh oder schlafe schlecht oder bin müde, was auch immer. Und darum geht es, also wie ist die Wirkung nach dem Hier und Jetzt, wie ist das Wohlfühlen? wir вещи im unto. Wirありep Untertitelung des ZDF, 2020